Das wird Bitcoin klauen Teil 2. Solltet ihr uns sich beiden Kaffee holen? Ja, gerne. Okay, her mit dem Wallet. Vielleicht funktioniert das ja, wenn ich das Wallet gegen ein Licht halte. Wer bist du denn? Und sitzt es schon die ganze Zeit hier? Tja, das tue ich. Und dein Versuch, die Bitcoin zu klauen, funktioniert leider nicht. Denn du brauchst diesen Zettel hier. In dem sind die ganzen Bitcoin gespeichert. Also genauer gesagt in diesen Wörtern. Und dieser Umschlag hier ist leider viel zu dick. Da kann das Licht nicht durchscheinen und man kann die Wörter nicht erkennen. Und selbst wenn es nicht so dick wäre, würde dein Plan nur bei normalen Umschlägen aufgehen, wo man die Wörter durchscheinen sehen kann. Aber in diesem Fall wurde ein bestimmtes Sicherheitsmuster im Umschlag eingebaut. Hier können die Wörter nicht durchscheinen. Selbst wenn man es ganz nah an die Lampe hält. Boah, das ist ja auch voll krass. Wo riecht die denn her? Diese Umschläge gibt es im Fangensteinjob. Und mit dem Code 21 kriegt ihr nochmal 10% Rabatt auf die Umschläge. Und zusätzlich unterstützt ihr auch noch den 21 YouTube-Tanel. Hier sind übrigens die Kekse. Wolltest du nicht Kaffee holen? Und wo ist der Mann vom Stuhl? Dann hat er sich in den 1.5 Minuten in den 2.1 Minuten in den 2.1 Minuten in den 3.2 Minuten ansonstiteln. Vielen Dank.